Hallo Leute, ähm, ich bin neu und wir spielen jetzt Star Stable. Ich bin sehr, sehr neu. Also, ja. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich muss warten. Meine Maus ist auch hier. Ich bin mal im Kno... Also, ja. Das ist mein erstes Video. Natürlich zeige ich mir nicht mein Gesicht. Das wäre mir ein bisschen, ja. Nicht peinlich, aber ja. Ja. Alter, wie lange dauert denn das? Hallo? Oh, ja, das ist mein Hand. Jo, ich bin... Naja. Also, ich habe jetzt elf, fünfzig, bis elf, also elf Minuten und fünfzig Sekunden Zeit. Also, um elf, um elf Minuten, oder jetzt sind es erst zehn Minuten, zehn Minuten oder so. Ja. Wie gesagt, bin ich sehr, sehr neu. Ich habe nicht mehr eine Maus. Nein, sie bewegt dich nicht. Hallo, bewegt dich. Ah, jetzt. Wie, das ist mein andere Maus. Äh, ja. Das müssen wir jetzt mal kurz weg. So, ja. So, ja. Ich heiße Ritikashortikodot, und ich habe endlich 600. Ähm, jetzt muss ich nur einen Schlitten suchen. Ähm, natürlich bin ich nicht neu. Ich glaube, ich bin auf Level 14, also bin ich nicht neu. Wie gesagt, ist das mein erstes Video. Äh, ich bin zu früh, wirklich. Geh, ähnlich, ja. Ähm, ich benutze übrigens mein Handy, deswegen kann ich nur mit einer Hand spielen. Yay, ich habe keine Kamera. Okay, warte mal kurz, ich mach das kurz. Nein. Hm, dann mal kurz so hier. Wo bin ich denn? Ah, da, da kann ich. Da. Die sind nicht so gut. So, ich zeige nicht meine Hand, weil ich ungern meine Hand zeige. Also meinen Arm. Kann mir wer sagen, was das ist? Ich weiß es nämlich nicht. Irgendwann muss ich da hochkommen. Wie gesagt, ich bin neu. Oh, nein, 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 ich, ich, ich hänge fest. Jetzt nicht mehr. Anscheinend gibt es hier so ein Ding, also so ein, ja. Dings. Ich habe vergessen, wie das heißt. Ah ja, Championat, Championat. Sorry, wenn ich für euch zu leise bin, wie gesagt, ist das mein erstes Video und ja. Äh, wo ist jetzt dieser Schlitten? Äh, wo ist denn, wo ist denn der Schlitten? Ich bin nicht oft in Star Stable. Ich komme, wenn dann, immer Samstag so. Aber wir gucken ja, ob ich, wie viele Videos ich noch drehe. Erstmal wahrscheinlich erstmal entfernt gehen, so. Nein. Nein, ich will dich. Nein, ich will dich. Warte, warte, warte. Warte, warte. Ich will nicht. Ja, ich will sie. Warte, warte, warte. Diese, diese, ähm, ja. Jetzt sehe ich meine Hand. Ich merke diese Sterne. Ich mach mal das Licht an, dass man ein bisschen mehr sieht. So. Ist viel besser. Also. Wir schlitzen jetzt da runter. Wiii. Oh, oh shit. Oh, ich dachte, dass ich da irgendwie, ja. Ich gucke gerade, ob ich meine, diese Re, ähm, überhaupt kaufen kann, also dieses Reepferd oder so, wie es auch heißt. Ich gucke gleich, wie es heißt. Ja. Warte mal kurz. Achso, das, naja, das ist Fliese. Ja. Hallo, Fliese. Will aber dich nicht haben. Oh, so viel, das kostet so viel, so viel. Oh, Mann. Will ich halt das ein, oder wie viel kostet das ein, hm? Ein Hand ist nämlich auch voll cool. Ja. Ich kaufe mir das jetzt. Oh, Gott. Wie ist der Name? Ist immer das Schwerste. Ähm. Okay. Ähm, ja. Cold. Cold. Angel. Cold angel. Nee, angel. Nee, nee, nee. Cold, cold, cold. Cold, 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 cookie. Das ist mir nichts. Ich bin immer so aufgeregt, wenn ich ein, ähm, Pferd kaufe. Ähm, ich kann, kann gleich sehen, wie viele Pferde ich habe. Oh, shit, man sieht mich. Shit, man sieht mich. Macht, glaube ich, lieber jetzt dicht aus, wenn ich das mal nicht sieht. So. So, jetzt gehe ich aber... Nein, nein, nein. So, jetzt gehe ich aber wieder zum Eingang. Nein. Und ich muss leider diesen Bild shit nehmen. Vielen Dank. Ich würde gleich nach Hause gehen. Uh, Riesenschneemann. Also, ich habe nicht so oft, ähm, Bock gerechtigt, Star Stable zu spielen. Also, ich mag schon Star Stable, aber... Ist nur... Ich bin halt noch so, ja. Ja. Keine Ahnung. Ich weiß selber, was ich sagen soll. Also, ja. So, jetzt gehe ich aber... Wo ist meine... Ach, da ist mein Name. Oh, sorry. Äh, nee, war ein Zeug. Egal. Ähm, Apple servers are coming. Wie gesagt, das ist mein erstes Video. Ich bin... Sorry, wenn ich das öfters sage. Äh, ich muss in meinen Stall suchen. Muss man... Nee, da. Das hält's mir nicht schön. Ach, da muss ich hin. Ja. In den Stallion. Ja. Das ist mein Schleimatschal. Ja. Jorvik-Stall. Jorvik-Stall. Ja. Ja. Also, ich zeige euch gleich, wie meine ganzen Pferde heißen. Wie gesagt, ich schreibe hier auf meinen Pony. Ähm. Also, das ist Cora Angel. Ja. Und das ist mein Pony. Das ist die Karte, die ist übrigens Macbeth. Die habe ich nicht Macbeth genannt. Das ist Coco Angel. Ähm, das ist, warte mal kurz, ähm, Big Braun. Ist bei mir Junge oder Mädchen, das weiß ich selber nicht. Das ist mein... Das... Nein, nicht da hin. Oh ja. Das Lays Robbery. Mein erstes Pferd. Und jetzt reiht mir auf dem... Ja. Auf mein neues Pferd. Und mein anderes Pferd ist im Bett. Wow. Oh, ist das schön? Ich finde das voll schön. Oh, schön. Ja, okay. Also, warte mal kurz. Ich glaube, ich bleibe lieber so erstmal, weil, ähm, ja. So. Zurück zum Eingang. Zurück zum Eingang. Alter. Soll ich mich veräppeln, oder was? Ich dachte, sie... Egal. Egal. Sorry, wenn ich mich so aufrege. No. No. Wenige Sekunden. So. Das hat sich jetzt verwandelt. Spaß. Und dafür sage ich mal. Ciao, Leute. Das war mein Video. Bye. Bye. dos.